Seid gegrüßt ihr Schlawiner der gehobenen Unterhaltungskunst. Wir sind wieder zurück nach dem Server Restart. Wir haben jetzt kurz gespielt. Markus Auto ist natürlich mal wieder kaputt. Anders sind wir ja auch nicht von ihm gewohnt. Ja, einfach geradeaus, Marc. Ich hab Waypoint gesetzt, wo mein Auto steht. Ich hoffe es noch nicht beschlagnahmt. Hm. Wieso wär das lustig? Ach Leute, ich hab keinen. Hoffentlich war das da gerade kein Polizist. Ist das deins? Ja. Warte. Wird schön. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt zum Pfirsichfeld. Wir sind so geile Pfirsichnutten. Du könntest auf mich warten, dann können wir zusammen fahren. Nee. Daylords. Alles wird er zusammen machen. So, in der letzten Folge ist ja einiges passiert. Was denn zum Beispiel? Der Helikopter. Ach, ja. Ich wurde ja gerade schon wieder durchsucht, aber natürlich war bei mir nichts Illegales. Ja. Wie Frösche oder... Wir hatten so Pech, alle sind so oft gestorben. Also mit Wichomala. Ach, ich nicht. Doch, Marc, du auch. Jetzt müssen wir richtig viel Kohle machen. Wir machen einfach mit Pfirsichen kurz. Also richtig. Ja, und mit Kupfer. Ich hab schon wieder Pfirsich gesagt. Doch, Pfirsich ist richtig. Ja. Wow. Aber auch mit Kupfer. Dann gehen wir halt das nächste Mal. Wenn ihr Koks holt, dann Kupfer. Ja. Aber Marco, dann lass Koks holen, Marco. Später. Alter, ihr seid so. Wann denn? Aber ich will's noch heute. Wisst ihr was? Ich hol mir jetzt einfach acht. Ich hol mir jetzt einfach das Zeug, was ich dafür brauche und dann gehe ich alleine Kupfer holen. Ach. Ja. Könnt ihr euer Koks holen? Obwohl, für die Aufnahme sollte ich eigentlich schon dabei sein. Ja, okay, machen wir. Irgendwann auch noch. Im Let's Play hier. Einfach aus, wir sind zu weit. Ich hör Polizei. Warte, da vorne ist mein, mein... Ah, Marco? Ja. Wir müssen, wie sind denn alle Bäume gefällt? Ja, da ist so ein Laster durchgefahren. Da ist die Polizei. Ja, Marco, dein Freund und Helfer. Die machen das wieder allgemein. Die hält hier. Die hält hier. Das ist mein Wagen. Die drehen. Die kommen jetzt zu mir. Das ist mein Wagen, glaub ich. Das ist mein Wagen. Wo denn? Ja. Das ist mein Wagen. Wo bist du, Mala? Ich bin beim Feld hier. Ach. Das war denn du. Und? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. mit dir. blauen auf rot. Entschuldigen Sie Officer, können Sie mal kontrollieren, ob das auch wirklich sein, auch rot. ist bei mir wurde auch eine ein blauer gestohlen vorhin vom marktplatz jawohl sehr gut das ist cool weil er würde mir vorhin gestohlen ich bin jetzt hier noch mit dem mit dem meisten um Sportwagen hier kann ich den dann einfach mitnehmen oder um was soll der der blaue hier ach so okay ja egal dann da wird er sogar mag für sich sammeln spannend okay ja dann passt es schon entschuldigen Sie Officer ich dachte es wäre nur meiner ist jetzt dein oder nicht ich dachte es nicht ja sie hat das hat ja auch gesagt von wegen ja das ist ihrer er hat nur gesagt ja so jetzt zeige ich euch auch mal ein display wie man Pfirsiche verkauft das ist so unbelieblich spannend und dann kaufe ich mir noch geschwind ein Toolkit Achtung Marco ich fahre hinter dir lang ich lasse es einmal hektisch zurück färscht so kein Bruder was steht denn hier nur für eine Karre rum ah die fährt okay ich fahr zu schnell oh nein ist eigentlich hupen erlaubt nein ich glaube fast nein zumindest nicht im Übermaß dem auch gegen alles was ist Polizei auf dem Weg sag mal dann wohin ich bin hinter euch sag mal wo die Zeit kommt äh bisher noch nicht ich glaubste jetzt mal ab ich bin wieder bei euch ich bin hinter euch wie fährt denn der Alter Junge ich halte mich an die Regeln Junge ach du bist das ha 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 du bist das ich bin auf die Gegenspur aus weil ich mein Mark auf die Gegenspur die Kackkarre Alter mit der alten Kackschabracke er danke Marco warte alter Marco Alter Alter das trifft mich dein Ernst was macht denn der alter ist ja bekloppt alles noch gut ausgegangen ja und ich bin unten in die Kirche reingefahren aber aber es funktioniert noch alles was ein Depp echt hat der mal so einen geilen Laster macht nichts draus ist der explodiert der Laster leider nicht yo Bayer du einparken dankeschön was warst du in der Sucht nein ich sag ich muss langsam mal einparken ich übernehme ja ich übernehme auch immer alle Marco ich brauche echt einen gescheiten äh Upsack mal ich habe viel zu viel Geld im Inventar das ist nicht gut diese Scheißkäpsel auch echt ja ich habe das hier bis zu umgelegt ja du auf Futtermaustaus muss ja wieder alles immer super bequem haben ja da wird es dabei also ich mache jetzt einfach die Folge nochmal Pi mal Daumen lang hier ich habe keine Ahnung wie lange das jetzt schon geht ich hole zu lange 40 bis ich 100.000 hab der klaut meinen Wagen der repariert meinen Wagen, hä? bist doch nett der so, hä, der kann nicht ein... der kann doch nicht einfach den Deinen Wagen reparieren sag mal was leben wir denn hier? nein, nette, nette Menschen so was gibt es nicht mehr auf der Welt das, das kann nicht sein ne, ne, das... malern, wie fährst du da? alter ja, ich folge dir mal ja, du bist zu blit zu fahren nein, das geht automatisch immer nach rechts wieso? wenn du Spiel neu starten, habe ich auch gehört das hatte ich noch nie wenn ich jetzt geblitzt werde, habe ich Probleme schön, du bist da ich kann nur noch 280 mit meinem Auto fahren du arme nein, ich bin 94 oh nein, Marlon parkt ah ne, ich gar nicht Marlon ich habe einen Typ mit dem Port Marlon, wo gehst du denn schon? ich habe 5.000 Euro für den Auftragsteller warte auf, der Truck ist bei Apricot, nein, schluss ich mich jetzt wer? der Truck der, wo wurden vorhin alle angerappt hat der scheiß Truck so, ich glaube ich würde mal sagen Kupferlizenz machen wir das jetzt mal mit dem Kupfer so, ich sehe jetzt bosshaft aus kannst du sagen, was du willst, habe ich es noch? ach super, fast ja willst du das Kupferl noch reinigen? ja, in der Kupferverarbeitung wir können ja Kupferl, wir machen ja eine Pickaxe ich bin immer noch dafür, dass, ja, Pick, scheiße, Pickaxe habe ich gar nicht egal, ich bin immer noch dafür, dass wir Kupfer, dass wir Koks machen er geht oder wenn es sie Gardens�� sind, dass wiriert haben meistens ist es mir genug auch ich glaube, hier vor allem G orden das wurde hey, warte mal, wo zieht ich? Mine die ist gar nicht mehr so weit entfernt ach ne da unten ist sie ja genau die war doch irgendwo hier da, da ist Kupfermine, ok das einzigste was weit weg ist, ist die Kupferverarbeitung könnte man nicht sagen, rentiert sich das überhaupt? ja wovoll, aber du musst halt viel, viel fahren, das ist viel Zeitaufwand ja, wo bringt dafür mehr? ich hol mir jetzt ne Spitzhacke ich hol mir jetzt ein bisschen Kohle dann hol ich mir ne Spitzhacke und noch essen und trink kauf mal drei Spitzhacke, ok, sind uns drei so viel Kohle habe ich glaube ich kann, dass ich mir noch ne Lizenz kaufen kann ja ich kann mir auch keine kaufen ich kauf die Lizenz Marco kauf die Lizenz und wir geben alle Marco das Geld und dann teilen wir das alles gerecht auf oder? nein ich hol mir die Lizenz nein ich hol mir die Lizenz ja gut, dann lass Marc die Lizenz holen, der ist der legalste Typ von uns ich kauf die auch, ist mir egal, ich hab genug Geld ich kauf die auch, ist mir egal, ich hab genug Geld irgendwie seid beide ach, bist du, ist der Marc da vorne mit dem Gurten? ja wenn wer das mit Blau-Tuch grad dann nicht fahren kann oh, ich glaube ich verletzt kontrolliert alter fahr ich noch gleich vor mir was mach ich? nein, der Typ hier, der läuft die ganze Zeit nein, der Typ hier, der läuft die ganze Zeit kann mit die Polizei blitzen, wenn ich hinter ihn fahr kann ich gar nicht blitzen, ich kann jetzt ein bisschen was 200 Kohle, ich bin mal 2000 wo ich das Geld bar dabei haben, bei Kupfer eh, bei Kupfer vor Arbeit, für Kupfer ja ja, aber in der Nähe ist ein ATM, also du musst das nicht die ganze Zeit mitnehmen hoch, ne PKK ist was, der dann noch, glaub ich noch, das ist ja ich hab den Typen so verantwortlich, bin mit 30 genau in den Ort reingefahren und hat dann gehalten, erhält also eine Brücke, genau da wo 30 km h fahren muss, genau an der Stelle, weil der Brücke ist der Polizist also aufpassen, ok da wo du 30 fahren musst, da wo 30 beginnt da wo die Stadt beginnt, da wo die Assis genau dastehen ok, dann hol ich mir jetzt noch geschwind ach ne, ich hab vergessen, die Spitzhacken zu kaufen kann ich noch reindüsen, auch ich, so ich geh jetzt noch einmal zum 40 Feld legt ein ungekehrtes Auto an sehen Sie das auch? äh, weiß nicht so, dann kaufe ich mir noch zwei von denen ok perfekt wie viel Geld muss ich mitnehmen für Kupfer? ja, die 8000 ja, also gehen wir zum Kupferladen ja, tatsächlich, lass mal Pickaxe holen ja, gleich, ich hol noch kurz ein Repair Tool und dann können wir ja, ich hab auch noch ein paar fragt ja, also wir fallen zum zu, 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 zu wohnen fallen wir zu Kupfermine nee, zu Kupferverarbeitung wird worden ist die Lizenz obwohl, nee, du hast zu Kupfer das Buch holen die könnte dann nicht mit dem Kumpel er hat es auch nicht aber es ist noch schlecht wird er zu sommer dahin gekommen ich kann es ja nicht ich will nur 5.000 abbuch so guten Tag ich glaube ich habe eine idee warte ist zwei jetzt kein platz mehr dafür schon folgen damit jemand muss mir von meinen werkzeugkästen was abnehmen muss doch in deine karte ich weiß nicht wie ich die rein tun weil das ist ja mit dem rucksack drin ich komme mag ich bin ja wo bist du marco marko bist du gleich beim general store ok war dann gebe ich dir ein paar da gebe ich dir zwei repair toolkits ich brauche nur eins ich gebe dir aber zwei ich will aber nur ach da hinten büsch aber so ich will nur 1 ja liegt hier nimmst du ja ja dann würde ich mal sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn wir dann losgehen zum zur kupfermine ja und blöd bis euch in der nächsten folge noch bis dahin tschau